Seien wir mal ehrlich, du willst deine Persönlichkeit, du willst deine Kommunikation verbessern. Du willst einfach so auf Leute zugehen können, auftreten haben, dass die sich denken, boah, ja, vor dieser Person, vor dieser Person habe ich Respekt. Da kann ich mir wirklich vorstellen, der hat was, der hat dieses gewisse Etwas. Du willst besser mit Frauen werden, du willst flirten können, du willst all diese Dinge tun. Doch das große Problem ist, du bist noch nicht da. Und dementsprechend schaust du dir diese Videos an, du hörst dir Podcast-Episoden an und du versuchst dich wirklich zu verbessern. Doch an einem Punkt merkst du, dass es sehr, sehr viele Informationen sind und dass diese Informationen nicht wirklich alle zusammenpassen. Du bist dann in Gesprächen, überdenkst eventuell, du kommst mal bei einer Frau in die Friendzone, du merkst, dass du es nicht hinbekommst, den Flirt vernünftig zu machen, die Verführung vernünftig durchzugehen und dementsprechend stehst du dann am Ende da und denkst dir, ich habe mir all das hier angeschaut und es hat mich nicht wirklich weitergebracht. Darüber will ich heute mit dir reden, mein Freund. Denn ich habe auf Instagram eine Frage gestellt, was für Themen ich behandeln soll. Und eine Person kam an und hat mir gesagt, ey, weißt du was, wie kann ich mich von falschen Informationen, von falschen Ratschlägen oder von falschen Dating-Coaches oder Coaches generell, wie kann ich mich davon distanzieren, wie bekomme ich Sinn, sowas zu erkennen. Darüber werden wir reden, mein Name ist Matt, ich halte vier beschäftigten Männern, die richtige Frau zu finden, sie zu behalten und letztendlich seine eigene Zeit nie wieder mit Unsicherheiten oder der Falschen zu verschwenden. Heute mit dem Thema, die toxische Seite von Persönlichkeitsentwicklung. Ein Insider packt aus, denn ich werde dir meine Erfahrungen, die ich in den letzten sechs Jahren holen konnte, die werde ich dir geben. Und es wird nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und einige Leute werden sich echt an den Kopf gestoßen fühlen. Aber es ist wichtig. Für weitere Informationen, für mehr Content über Dating, über Charisma, über Präsenz, über all diese Dinge, über dich als Mann, wie du dein volles Potenzial bekommst, abonnier den Kanal, daneben, du findest eine Glocke. Kommen wir als allererstes zu einer Sache, die dir sehr wahrscheinlich bekannt vorkommt. Denn es gibt lauter Videos darüber, wie du Alpha bist, wie du es hinbekommst, vernünftig aufzutreten, wie du charismatischer wirkst. Und all diese Alpha-Videos, wie du krass selbstbewusst bist, all diese Dinge sind schön und gut. Nur das Problem ist, dass die meisten Dating-Coaches, die das predigen, dass die meisten Leute, die das predigen, sehr, 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 sehr stark eintönig, sehr eindimensional wirken. Du guckst dir diese Leute an, sitzen da, super ernst. Also, mein Freund, ich werde dir heute etwas erzählen. Ja, ich könnte auch den ganzen Tag so sitzen und dir von Gott und der Welt erzählen, darüber philosophieren, was richtig und was falsch ist. Aber soll ich dir eine Sache sagen? Das Problem mit dieser Art von Coach, das Problem mit dieser Art von Trainer ist, dass diese Person, die ein Bild suggeriert, von jemandem, der dauerhaft Alpha ist, der dauerhaft so drauf ist. Aber das ist nicht der Fall. Ich sag dir eine Sache, ich bin gerade vor 45 Minuten aufgestanden und ich kam auf die Welt nicht klar. Ich muss erst mal meine Morgenroutine machen, ich muss ein bisschen wach werden. Und jetzt stehe ich hier, mache das Video und erzähle dir diese Punkte, gebe das vernünftig wieder, weil ich weiß, wie ich mich in so einen Zustand bringe, weil ich ganz genau den Prozess habe, um mich in so einen wachen Zustand zu bringen, um mich so darzustellen. Ich bin nicht Alpha, wenn ich nur da sitze und die ganze Zeit über sehr, sehr bedacht, sehr ernst. Ja, es ist gut. Es ist eine Möglichkeit, um Dinge zu kommunizieren, aber es ist nur eine Fassade. Und das Video würde relativ langweilig werden, wenn ich nur diese eine Fassade von mir zeigen würde. Ich würde dann als dieser Typ bekannt werden und das will ich nicht. So, ich will, dass wenn ich mal in einem anderen Zustand, in einem anderen Gemütszustand bin, dass ich dann auch Videos aufnehmen kann, damit du einen guten Mehrwert hast. Weil das Ding ist halt, dieses heftige Bild von einem Alpha-Mail, was suggeriert wird, wo du dauerhaft selbstbewusst bist, wo du dauerhaft dich so fühlst, wo du immer im Flow-Zustand bist, das existiert nicht. Das ist nur eine Facette und was du machen kannst, ist, dass du diese Facette weiter ausbaust. Ja, das stimmt. Das stimmt 100 Prozent, aber du bist nicht dauerhaft so. Fall nicht in die Falle rein. Geh nicht in die Falle und denk dir, dass du dauerhaft so sein kannst, weil das stimmt nicht. Und jeder, der dir das sagt, der labert scheiße. Der labert einfach nur scheiße. Hör dem nicht zu. So, von dem Macho-Gehabe, da gibt es noch eine andere Seite. Denn wenn du dir diese Leute anschaust, beispielsweise Leute, die sich als Charisma-Coach schimpfen, Leute, die sich als Flirt-Dating-Coach schimpfen, weißt du, woran du merkst, dass jemand wirklich, wirklich gut in seiner Kommunikation ist? Wenn er keine Filter hat. Wenn es sehr, sehr leicht ist. Wenn er nicht so viel Druck reinpackt. Sondern wenn er eine angenehme Stimmung an den Tag bringt. Und nicht alles super. Es muss funktionieren, wenn das nicht der Fall ist. Und wenn du einen Typen hast, der die ganze Zeit über sehr monoton redet, das ist super langweilig. Weißt du, was ich mich dann frage? Und ich weiß, so viele Leute werden mich einfach hassen, wenn ich dieses Video mache. Aber es muss gesagt werden. Wenn ich mir diese Leute anschaue, frage ich mich wirklich, wie eine Frau, und das sage ich dir als Dating-Coach, wie eine Frau sowas interessant finden kann. Denn es ist sehr, 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 sehr stumpf. Es ist super eintönig. Und wenn du die ganze Zeit so drauf bist, das führt zu keinen Emotionen. Weißt du, und dann habe ich Leute, teilweise bei mir im Beratungsgespräch gehabt, jetzt im Training, Gott sei Dank ändert sich das, die mit so einer extremen, unreaktiven Einstellung zu allem sind, dass sie keine Resultate mehr bekommen. Und sie bekommen keine Resultate mehr, weil die Frau sich in keinster Art und Weise unterhält fühlt. Da ist nichts. Es ist langweilig. Es ist immer das Gleiche. Es sind immer diese gleichen Themen. Aber wenn du plötzlich merkst, okay, die Person kann verschiedene Tonlagen haben. Die Person weiß, wie sie sich artikuliert, wie sie vernünftig die Gestiken zeigt. Wenn du das alles hast, das wirkt dynamisch, das wirkt interessant. Ich meine, du zum Beispiel, du guckst dir dieses Video an. Und du weißt, dass, wenn ich mit dir rede, ich versuche nicht großartig deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Nein, ich versuche dich zu unterhalten und das tue ich, indem ich mich selber unterhalte. Das tue ich, indem ich die Punkte klar mache und wirklich Dinge erzähle, an die ich glaube. Und in dem Moment, wenn ich das tue, merkst du das. Du merkst das. Aber wenn eine Person da nur so sitzt und sagt, ja, das nächste Video ist darüber und dann mache ich das und dann mache ich die. Das ist so langweilig. Das ist ein Toastbrot. Da ist nichts drauf. Du sollst dich generell von Toastbrot fernhalten, weil es ist nicht gesund. Du weißt aber, was ich meine. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht die beste Metapher gewesen. Du weißt, was ich meine. Es ist sehr eintönig und das ist kein Ziel, was du vor dir haben solltest. So. Jetzt kommen wir zu einer anderen Sache. Oftmals wird verkauft, dass es die eine Methode gibt, die dich dazu bringen kann, dass du deutlich besser mit Frauen wirst, dass du attraktiver wirst, dass du besser kommunizieren kannst. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es gibt nicht die eine Methode. Denn das Problem ist, wir Menschen, wir lieben es schwarzweise. Wir wollen von A nach B jeden Punkt, jeden Zwischenschritt. Wir wollen das alles haben. Das Problem damit ist aber, dass wenn du versuchst, diese Schritte durchzugehen, wenn du versuchst, diese Schritte zu machen, du startest nicht da, wo jeder andere startet. Und dein Level ist ein anderes. Und dementsprechend ist eine Sache, die schon mal viele Leute versprechen, das hundertprozentige System, wie du es hinbekommst. Das funktioniert so nicht. Jeder Klient bei mir bekommt eine individuelle Behandlung. Du kannst die Leute nicht in irgendeinen Videokurs stecken. Du kannst nicht erwarten, dass eine Lösung jedem hilft. Jemand, der extreme Schüchternheit hat, seit Jahren ein Problem damit hat, auf Leute zuzugehen, dem kannst du nicht das Gleiche an Aufgaben geben wie einer Person, die bereits besser ist, die bereits mit Leuten redet, die bereits gut ist. Das sind andere Ebenen. Du kannst einer Person, die noch Jungfrau ist, du kannst dir nicht die Schritt für Schritt Anleitung geben, die du jemand anderem gibst. Ja, es gibt eine grobe Struktur. Und die muss jeder durchmachen. Es gibt eine grobe Struktur, das stimmt. Damit du lernst, wie du die Kommunikation, wie du ein vernünftiges Gespräch hast, das existiert. Aber was du den Leuten eigentlich beibringen musst, sind Prinzipien und wie sie nach diesen Prinzipien leben. Und wie sie das wirklich vernünftig in die Außenwelt tragen. Wie sie eine Aktion tätigen. Ich habe zum Beispiel damals einen Kunden, er war noch Jungfrau. Ein sehr, sehr dynamischer Mensch. Ein sehr, sehr dynamischer Mann. Und er hat mir gesagt, weißt du was, ich ziehe jetzt in eine neue Stadt. Ich will neue Erfahrungen machen. Ich will das einfach drin haben. Acht Wochen habe ich ihn gecoacht. Und es war jemand, der hungrig war. Es war jemand, der es wissen wollte, der es lernen wollte. Und nicht jeder ist auf diesem Level. Diese Art von Klient ist mein liebster Klient. Dieser Art von Klient, der einfach sagt, weißt du was, ich will es einfach und ich werde die Arbeit reinschicken. Das ist die liebste Art von Klient. Aber du musst dir halt vorstellen, es gibt auch Menschen, die es nicht als oberste Priorität sehen, die andere Dinge in ihrem Leben zu tun haben und dementsprechend den Fokus auch auf andere Dinge haben und sagen, weißt du was, ich will das lernen, aber ich will es zeiteffizient machen. Das sind verschiedene Agendas. Dem einen kannst du mehr an Aufgaben geben. Dem anderen musst du, du musst klarer machen, wie er das zeiteffizient macht, wie er das in seinen Alltag integriert. Und das ist immer sehr, sehr individuell. Ich habe teilweise Leute gehabt, die wirklich Jobs hatten, wo selbst ich mir dachte, zeitlich, ich würde es nicht hinbekommen. Aber Respekt, dass du es hinbekommst. Und dementsprechend arbeitest du eben daran. Bei anderen wiederum arbeitest du überhaupt am Selbstbewusstsein. Bei jemand ganz anderem muss das Mindset erstmal stimmen. Das Mindset zu sagen, okay, weißt du was, ich sehe auch für mich irgendwie ein bisschen mehr und ich will auch an mir arbeiten. Ich will auch was machen. Das sind alles individuelle Fälle. Ja, es gibt eine grobe Richtung. Ja, es gibt ein grobes System, mit dem du es Leuten beibringen kannst. Aber du musst immer noch individuell auf deine Leute eingehen. Und das ist oftmals nicht der Fall. Du zum Beispiel, der sich dieses Video anschaut, das ist ein anderes Level, was jemand anderes haben kann. Du willst eventuell besser werden mit Frauen. Du hast noch nicht so viel Erfahrung. Das ist das Level, wo du bist. Jemand anderes wiederum will das Flirten besser lernen. Jemand anderes wiederum will die Technik im Date lernen, wie der es hinbekommt, wirklich letztendlich zum Resultat zu kommen. Zu Sex zu kommen. Jemand anderes will eine Freundin haben und will wissen, wie ihr diese Bindung tiefer eingehen könnt. Das sind alles verschiedene Agendas. Du musst wissen, wo du stehst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann dementsprechend musst du schauen, was der Coach, was der Trainer dir sagt und wo er dich einkategorisiert. Kannst du ihn noch anschauen und merkst du, ah, okay, da kommt Feedback, was auch in meiner Situation mir hilft. Denn beispielsweise hier auf dem Kanal, ich versuche oftmals sehr, sehr viele verschiedene Themen anzusprechen, damit ich eine breite Masse an Menschen wirklich erreiche. Denn nicht eine Sache wird jedem helfen. Es sind immer verschiedene Blickwinkel. Es sind immer verschiedene Perspektiven. Damit an einem Punkt irgendwann für dich klar wird, warte mal, das ist das, wo ich mich am meisten sehe. Damit es Klick macht, okay? So, du hast jetzt all diese Dinge. Wir haben das Macho-Gehabe. Wir haben das Systemdenken, das Schwarz-Weiß-Denken, so nenne ich es auch. Wir haben die langweilige Art und jetzt haben wir auch die toxische Seite von Persönlichkeitsentwicklung. Denn das große Problem ist, viele Leute, die beispielsweise zu mir kommen, viele Klienten von mir, die haben so einen Eindruck von, es ist unglaublich schwer, es geht nicht, es ist unmöglich. Und weißt du, woran das liegt? Und das ist so ironisch, das ist so unglaublich ironisch. Das liegt daran, dass du dir all diese Videos anschaust und dass du aus diesem anfänglichen Problem von leichter Schüchternheit etwas so Großes gemacht hast. Dass du von dem anfänglichen Problem von deinen Berührungsängsten sowas Großes gemacht hast. Weißt du, und das Erste, was ich mit den Jungs mache, das Erste, was ich mit den Männern mache, ist, die verlernen so viel. Ich sage ihnen, vergiss alles, was du über Dating wusstest. Vergiss alles, was dir gesagt wurde. Jemals. Guck dir so einen Scheiß nicht an. Du hast das, was ich dir sage. Mach einfach das und frag mich. Frag mich nach der Lösung. Weil das Problem ist, angenommen, wir nehmen das Thema Ansprechangst. Das ist ein sehr, sehr gutes Thema. Wir nehmen das Thema Ansprechangst. Wenn ich sage, es gibt Ansprechangst und wir darüber reden. Es kann sein, dass da noch ein Video dazu kommt, also zum Thema Ansprechangst. Aber wenn ich jetzt darüber rede und sage, ja, schau mal, die Ansprechangst, da ist das folgendermaßen, dass du dich eventuell ein bisschen breiter aufstellen sollst. Dass du dich ein bisschen dehnen sollst. Dass du dich gut in deinem Körper vorher fühlen sollst. Dann wirst du weniger Angst haben. Je mehr ich über das Thema Ansprechangst rede, je mehr das passiert, desto mehr Angst wirst du haben, weil du das Thema überhaupt thematisierst. Weil du diese Ansprechangst überhaupt thematisierst. So, und das hast du auf verschiedenen Level. Okay? Sinn der Sache ist, du guckst bereits zum Ende. Und dann ist jeder kleine Schritt relativ einfach. Aber du lernst es immer noch systematisch. Du lernst es immer noch so, dass es... Und ich werde dir jetzt mit einem kleinen Konzept kommen, was sehr, sehr interessant ist. Es gibt vier Schritte, wie du eine Sache lernst. Erstmal unbewusste Inkompetenz. Dann hast du bewusste Inkompetenz. Das heißt, bei der unbewussten Inkompetenz, du weißt nicht mal, dass du schlecht in einer Sache bist. Und dann wirst du dir dessen bewusst. Du wirst dir bewusst, dass du es nicht wirklich drauf hast. Dann lernst du es. Dann lernst du diese Fähigkeiten. Wirst besser. Dann ist das eine bewusste Kompetenz. Und irgendwann wird es eine unterbewusste Kompetenz. Und eine unbewusste Kompetenz. Und das ist die eine Sache, die ich den Männern beibringen will. Denn wenn du es instinktiv schaffst, dann musst du nicht mehr Dinge überdenken. Dann ist es relativ einfach, eine Frau kennenzulernen. Und dann hast du nicht mehr diesen Druck. Manchmal ist weniger mehr. Manchmal ist weniger mehr. Es gibt nicht dieses heftige System, mit dem du es hinbekommst. Ja, es gibt eine grobe Struktur. Das stimmt. Sieh ich 100% ein. Aber wenn du jemand bist, der für jede Eventualität gewappnet sein will. Hör auf. Das ist Quatsch. Das ist super oberflächlich. Wie wäre es, wenn du die Prinzipien lernst? Weil wenn du das Prinzip hast, sind die Eventualitäten, die daraus resultieren, relativ einfach zu verstehen. Okay? So. Und das Letzte, was ich dir mit auf den Weg geben will, ist. Persönlichkeitsentwicklung ist schon im Grund. Aber je mehr du dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, desto weniger beschäftigst du dich wirklich mit deiner Entwicklung. Weil je mehr Content du konsumierst, desto weniger wirst du wirklich tun. Wenn du dir sagst, ich will vernünftig das Ganze lernen. Ich will das Flirten drin haben. Ich will selbstbewusster auftreten. Ich will meine Kommunikation, meine Persönlichkeit ändern. Ich will besser werden. Ich will, dass es nicht nur so halb drin ist, sondern dass es einfach mal drin ist, dass ich das vernünftig lerne. Dass Leute individuell auf mein Problem eingehen und mir helfen, das Problem zu lösen. Erster Link in der Videobeschreibung. Trag dich ein zum kostenlosen Erstgespräch mit mir. Wir werden über deine gesamte Situation durchgehen. Wir schauen, wo dein Problem ist, was genau man da machen kann und wie du ein charismatischer, wie du ein deutlich, deutlich besserer Mann wirst, als du ohnehin schon bist. Erster Link in der Videobeschreibung. Trag dich ein. Wir sehen uns das nächste Mal. Vielen, vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Das war ein wirklich, wirklich geiles Video. Dein Matt.